Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Nova Empire Space Commander. Ich wird es starten und Vollbild reinmachen. Das Sound ist an. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es was Gutes wird. Ich habe es gerade heruntergeladen, aber ich habe gar nicht geschaut, ob ich meinen Account wieder gefunden habe. Oder ob mein Account wieder da ist. Da muss ich gleich mal schauen. Ja doch, mein Account ist da. Gut. Sammeln. Beide. Und die Untertitelung der Untertitelung der die die Es war noch nichts gemacht, aber Schön Schon der siebte Tag, dass ich das Spiel spiele Ich hoffe meine Flotten sind noch Zurück, ok Meine Flotten sind noch Jawoll, ich kann alle benutzen Ah, nur eine Flotte Dann war die Also klein hier, das bin ich und das ist der Computer Die KI Ah, der hat nur noch einen Kaputt hauen Sieg, jawoll Gleich mal gucken, ob ich was bauen kann Bei meiner kleinen Basis Gehen wir erstmal nach Level 1 runter Da kann ich das hier upgraden Ok, wird gemacht Hilfe 2 Stunden, 15 Minuten Davon habe ich 31 Davon habe ich 0, aber davon noch 1 Fetisch Kleine Schiffe Kleine Energie Radar Basisschiff werft Hier habe ich noch einen Platz frei Hier habe ich noch 5 frei Energie, Energie Habe ich nicht schon genug Energie Forschung Hier ist ein Richtung Sternakademie Mittlere Energie Mittlere Energie Sicher Verteidigungsmodus Modul Radar ist interessant Das habe ich nicht Das habe ich nicht Ok, da haben wir jetzt Eine Raumstation Ein Gefängnis Kommt, das bauen wir auch noch schnell Zack Große Energie bauen wir Große Schiff werfen Handelsposten Handelsposten Passt ja ganz genau Und hier kommt noch Große Energie haben wir Handelsposten haben wir Schiff werfen haben wir Es wird noch das hier Achso, dann kann ich gar nicht bauen Ach, jetzt da Geht nicht, ich brauche erst Na gut Geht nicht, ich brauche erst Na gut Dann machen wir hier weiter Upgrade Hilfe Beschleunigen 1 2 3 4 5 5 Und davon ist kostenlos Beschleunigen Ach, war doch gerade schon 4 5 5 5 4 Stunden Ich habe nur hier 3 Stunden 1 Stunde 15 Minuten 15 Minuten Komm, machen wir das 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 5 6 7 7 9 9 9 10 10 12 12 12 13 10 15 15 15 16 16 18 18 19 20 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 21 20 21 22 23 Meine Abwehr. Und hier hinten war auch noch eine. Energie, Schiffs. Ah, hier Verteidigung, da Verteidigung. Was nützt eigentlich die Verteidigung hier drinnen? Guck mal, wenn hier ein Schiff ankommt, können die schießen, ja. Aber der hier doch nicht. Naja, egal. Ich muss aber mal kurz gucken. Wir gehen hier rein. Schiffsbau. Schiff. 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 Ok, 4 Schiffe, eine Drohne, Arbeitsschiff und 3 Zerstörer. Ach, hier ist eine Stunde und schnell, fertig. Wie weit geht denn das noch? Hm, 8 Stunden benutzen, 3 Stunden benutzen, 15 Minuten benutzen und fertigen. Upgrade, 18, helfen, schnell, 18 Stunden. Kauf mal das einmal. 400 kaufst du das, ok. Ach, da steht da mal der Preis, ok. Jetzt habe ich es verstanden. 2 Stunden und schnell. Jetzt geht der noch auf Level 15. Damit ist Level 1 fertig. Ich kann nichts mehr upgraden. Dann sind wir jetzt bei Level 2. Oh, ich habe gar kein Erz mehr. Das kann ich machen. 30 Minuten, das ist 2 mal 15. Einmal umsonst. Da haben wir jetzt 2 Stunden. 8 Minuten, das lassen wir jetzt laufen. Info, Info, Entwerfen. Speichern. Oh, das ist ja cool. Man kann jetzt seine eigenen Schiffe kreieren. Zum Beispiel, ich möchte den hier haben. Hm, interessant. Ok, ich habe bislang nur 4 Waffen. Panzerung kann ich auch machen. Das ist doch schön. Zur Zeit habe ich bei Standard die Roboter. Kleine Drohnen. Und die Schilder. nicht schlecht. Forschung. Eine Stunde. Die Schilder. 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 Okay. Ich habe drei von sechs Plätzen. Das sind meine drei. Und drei weitere Plätze habe ich noch. Ah, das heißt einmal mischen, ja. Das ist meine drei. 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 Ich habe hier noch ein paar. Da ist noch ein blauer. Das ist meine drei. 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 drei. Das ist meine 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 drei. Dann schauen wir hier nochmal nach. Das Gefängnis. ich kann fünf leute gefangen nehmen arbeitstrohne tigerschiff haben wir eine fregatte und verteidigung ok und da komme ich noch nicht hin gut 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 was ist noch an tägliche aufgaben hier eine legionsmission abschließen ein bisschen mitglieder beitreten mission starten halbe stunde dauert das wow ja drunter kann ich gar nicht machen zwei mitspieler 7 25 ging ja nur die eine kann abbauen dann müssen wir jetzt erstmal mindereien finden hier bin ich da sind mineralien oder das piratenflotte da ist es angreif mit zick ein zick Okay. Ja. Zwei Mitglieder. Was nehme ich denn? Nämlich diesen Titel. Zwei Prozent schneller farmen. Okay. Täglich hier noch gucken. Das sind vorbei. Das sind vorbei. Gefecht. Ah cool. Müssen noch zwei Gefechte machen. Ähm. Das können wir ja schnell machen. Den hier. Stärke 15.000. Oh. Die sind stark. Ich habe gerade mal 6.000. Hier ist ein Stern. Stärke 2000. Jawohl. Gleich sind sie da. Oh. Oh. So. Das war's für heute. Schneller, schieß die ab. Verstärkung. Verstärkung. Und... Toll sind sie. Okay, ich hab keinen. Einsammeln. Gruppenangriff. Alle aussehen? Okay. Was haben wir hier Schönes? Flotte 27 ist schon da. 25, 26 jetzt auch. Gut, dann kann man ja sagen, dass die zurück sein oder nicht? Okay. Gut. 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 Und dahinten fährt auch einer rum. Piratenveränderung Keine Arbeiterschrift mehr Gut, dann schauen wir jetzt nochmal was jetzt in der Basis zu tun ist Das haben wir fertig Okay, da sind wir vorbei Abbauen von 10.000 Mineralien sind vorbei Jetzt 8 Gefechte auf einmal, okay Schiffsbau Sind wir auch bei Allianzspende Ich brauche ein Arbeiterschiff, okay Sind gerade alle an Arbeiten Na gut, na gut Ich würde sagen, ich habe erstmal für heute genug gemacht Also wenn man immer ein bisschen mehr weiß von dem Spiel wird es immer ein bisschen interessanter Also ich denke mal nächstes mal kenne ich mich schon besser mit dem Spiel aus Allianz kann ich mal gucken Meine Allianz Name Ich hätte so einen Namen gegeben Und warum bin ich eigentlich der Allianzführer auf einmal Kann man da ändern Kann man da ändern Ne Ne Na gut gut Okay Gut, gut, gut Ich werde nochmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen schon so spät ist aber schnell beendet danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten heute dabei seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen ticket holen